Zweimal Sonne gezogen, willst du mich verarschen, Bruder? Hier, nimm den, gönn dir. Safe hat er auch Finte. Äh! Nur Wetterkarten, die werden rausgemacht aus dem Deck. Nuppengame. Was war das jetzt? Was hat er eingesetzt, Chat? Was ist seine Anführerfähigkeit? Kann ich mich hier durchlesen? Was ist seine Anführerfähigkeit? Ach, der hat sich meine Karten angeguckt, okay. Oh, Spion! Aber wir haben Finte. Ne, Spione, Chat, sind sehr stark. Die legt man aufs Gegnerfeld und dann kriegen die zwar die Angriffsstärke, aber man kann zwei... Ach, jetzt reizt's Maul! Aber man kann dafür zwei Karten ziehen. Und zwei Karten sind so viel stärker. So ist es leider immer, wenn man gegen Nilfgaard spielt. Das ist so eine Spionsschlacht. Das Ding ist doch schon wieder Overchat, oder? Ja, das war smart von ihm. Ich hab schon überlegt, ob ich da vorpasse. Aber wir gewinnen. Jetzt kriegen wir eine Karte, richtig? Ich hab halt zu viele Wetterkarten gezogen. Oh! Wir müssen jetzt irgendwie aus ihm ganz viele Nahkämpfer rausbeten. Und dann ihn mit Eis knechten. Und das hat ja wunderbar funktioniert. Jetzt passt auf, jetzt mach ich eine Sonne. Einfach nur um einen Zug nichts zu machen, quasi. Passt mal auf. Mit zwei Karten. Frech. Hier. Hm. Also wenn ich den besiege, das wäre heftig. Ich kriege safe eine Babacate. Oh, nee! Ja, ich muss das katapultisch ausspielen. Ich muss das. Oh, nee! Ich muss das. Dann bin ich. Also wenn ich den besiege, das ist nicht handy. Das ist schon wieder passen. Das ist so unfair. Aufgeben. Minus 15. Sack. Ich hab keine besseren Karten, Chat. Ich muss die Wetterkarten reinmachen. Obwohl, ich kann die auch so entfernen, ohne dass ich... Warte mal. Passt. Warte mal. Ach nee, ich brauch noch. Ich brauch 22 Einheitskarten. Ja, ja. Wetter kann manchmal echt stark sein, Chat, wenn man's richtig ausspielt. Gerade klirrende Kälte. Weil wenn die Gegner dann... Also wenn man selber Spione zu den Gegnern legt und dann die Spione wieder downrankt mit klirrender Kälte, kann echt gut sein. Ich glaub, der ist noch zu stark. Der läuft ja nicht weg, Chat, oder? Den kann man immer mal wieder betteln. Da brauchen wir bessere Karten für den, Chat. Der macht uns lang. Was kann mein Anführer? Ähm, ich kann entweder den Anführer nehmen, wo ich... gegen Bogenschützen, also Nebel lege, oder Sonne. Wollen wir noch eine Runde probieren? Komm, eine Runde noch, Chat. Das macht so Spaß. Aber der ist zu broke. Ich will Kartenspiel. Echt, ist er weg? Nee, Chat labert keinen Scheiß. Ist der für Platin relevant? Der geht doch nicht weg, Chat. Nicht Trollen. Nicht Trollerino. Finde, schon mal wichtig. Oh, das ist gut. Gut. Komm, ich will wissen, was ich für eine Karte kriege. Chat, drück doch mal die Daumen jetzt hier. Was ist denn da los? Digga, einfach eine Zehnerkarte. Puffpeng hast du nicht gesehen. Ich glaub, man kann sich... Man kann sich da immer jederzeit hinporten, Chat. In die Borg. Das ist doch eine Frechheit. Noch halten wir ganz gut mit. Aber irgendwas sagt mir gleich, ich drehe da auf. Oh, warte. Das Ding hab ich. Wenn er jetzt keine Sonne hat. Wäre das so geil, ne? Wahnsinn. Ah! Du Schwanz! Ich glaub, ich könnte ihn haben, Chat. Je nachdem, was er auf der Hand hat. Was sagt ihr? Glaubt ihr, er hat noch gute Karten? Sollen wir Finte benutzen und eine Karte zurücknehmen, dann gewinnt er die Runde. Aber dann haben wir safe eine Runde und können noch mal nachziehen. Was sagt ihr? Katapult zurücknehmen, oder? Setz Anführerkarte. Ja, aber dann ist er ja noch stärker. Wenn ich meine Anführerkarte einsetze, mach ich Sonne. Oder soll ich einfach noch eine Runde rauszögern? Okay, du hast recht. Ich mach Anführerkarte, einfach um eine Runde noch mal hinaus zu zögern. Die Runde haben wir eh abgehackt. Aber ich denke, er passt jetzt, wenn er smart ist. Nein, er schaut die Karten an. So ein Sack. Okay, dann benutze ich jetzt die Finte. Aber er wird passen wahrscheinlich. Bitte leg noch eine Karte, dann ist es GG. Sack! Okay. Er hat halt auch unsere Karten angeguckt. Das Ding ist over. Obwohl, wenn er... Wenn er jetzt kein Eis hat... Er hat bestimmt noch Spione, ne? Oh. Aber ich muss eine Karte legen, ne? Unsere Passive ist ja nicht, dass wenn neutral ist, wir gewonnen haben, ne? Also muss ich eine... Aber ich kriege... Eine Karte. Boah, ist das knapp. Vier Karten beide auf der Hand jetzt. Wir haben halt den Verdoppler. Ich glaub, der gewinnt trotzdem, der hat zu starke. Mal gucken. Ist das ehrenlos. Eine Zehner-Karte mit Wiederbeleben. Unerträglich! Das ist so eine Schweinerei. Jetzt muss er zwei Schrottkarten haben, aber ich glaub, der hat keine Schrottkarten. Geiler Scheiß-Shit! Geil! Geiler Scheiß! Was gibt's? Kronen? Zehn? Volltest! Volltest ist eine Anführerkarte, richtig? Oder? Ne. Oder? DIN 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 Ah! Oh, das ist voll Strong-Shit! Das ist dieses Horn, was man legen kann in einer Spalte, was alle Einheiten in dem Bereich verstärkt. Und das hab ich als Anführer-Fähigkeit. Kann ich jederzeit einsetzen. Und wir spielen ja, als nördliche Königreiche spielen wir auf Belagerungseinheiten. Alter, das ist so ein huge Upgrade. Geiler Scheiß! Danke, Bruder! Kuss! Yippie! Geiler Scheiß! Das ist wirklich Baba! Oh, gut, dass wir es noch mal probiert haben! Liebe Chat! Ihr habt Belieft! Ich hab die Energie! Eure Macht hab ich gespürt! Die Macht der Karten! Wir haben ans Herz der Karten geglaubt! Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass ein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Laberknabe, ganz am Anfang hat man ja nur gute Karten in den nördlichen Königreichen. Ich werde später auch auf Nilfgaard umsteigen, einfach wegen den Spionen. Nilfgaard hat einfach die die strongsten Spione. Rocktude, nee, das ist nicht zufällig. Du kannst bestimmt bei Witcher-Wiki genau nachschauen, in welcher NPC dir welche Karte gibt, wenn du gewinnst. Matze, Grüße gehen raus. Der Erzählers Rittersporn, das stimmt. Wir spielen auf Todesmarsch. Jetzt könnten wir schon ins erste DLC rein. Vielen Dank für den Kauf der Erweiterung Hearts of Stone. Mit Stufe 30. Überlastet, du bist überlastet. Ja, also, mit Stufe 3 kann man auch gerne mal innen Stufe 30 DLC. Kein Problem. Aha, jetzt sehen wir auch mehr von der Quest. Spiele gegen Wirte. Oh, Steffans, Steffans. ist das Spiel nicht schön, Chat. In der Erweiterung, ha, okay. Okay. Ey, jetzt reicht's aber. Willkommen bei Blood & Wine. Los, los. Das beste DLC aller Zeiten. Oh, ich hab jetzt so Bock nochmal zu Gwenten. Zu Gwenten. Zu Gwendarino. Erstmal gehen wir jetzt hier zum Brett. Dann werden auch die Fragezeichen wieder auch abgegrappt. Aufgefloppt. Vermisste Frau. Wir sind, by the way, nicht mal. Haben wir überhaupt EP bekommen für die Storyline? Chat. Wir haben gar kein EP bekommen, oder? Obwohl das eine Main-Quest war. Absolute Verarsche, Digga. Acht, EP. Ja. True. Wird wohl so gewesen sein. Wir machen jetzt weiter Main-Quest. Oh. Nevermind. Neben-Quest. Alle dürfen aus dem Brunnen der Gnade des Ebenen. Was willst du? Jubel. Denn selbst eine niedere, verdärbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld gönnern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massenkälbern wo sich hinbringt. Das Game macht so Spaß. Das ist nicht richtig. Freu mich, dass ihr alle da seid. Schönen Abend, Daniel. Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Bewege dich! Wenn ich jetzt für die Nebenquests wieder acht EP bekomme, rast dich aus! Wie weit ist denn das weg, Bruder? Ich werde die DLCs wahrscheinlich auch auf Todesmarsch spielen, ja. Macht einfach am meisten Spaß. Oh, nee! Und mehr hat wieder nicht gerastet. Ich muss so heftig auf Stufe 4 aufsteigen. Noch nie musste jemand so heftig leveln, wie ich. Ich bin mir schrien. Das Ding ist doch schon wieder ober. auch noch nicht gerastet. Ja! Weil ich der beste Witcher bin aller Zeiten. Boah, die 60 FPS stehen dem Spiel so gut. Ich will, der Witcher existiert in der realen Welt und mich anfasst. Ja. Asche. Zwergenschnaps. Knödel. Eine Prise Igni. Und links. Ich glaube, ich verliere den Verstand. 8 EP. Schneller. Wenn die Quest erledigt ist, gibt es safe nochmal mehr, oder? Was das Abo dich kostet, Matze? 4 Euro. Und du hast Prime. Rasten. Ja, aber dann gehen die Buffs weg, Bruder. Ja, stinkt wirklich wie ein Maskenraben. Oh nein. Oh Gott. Was ist da passiert? Irgend so ein neues, starkes Viech. Aber die haben sich gegenseitig gefehlt. Wie kann ich denn in Level 1 Viech so wenig Damage machen? Unerträglich. Oh, die greifen meinen Pferde an. Scheiße. Oh ja. Das macht so Spaß. Uh, 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 uh. Alles her damit. Juhu, hui. Zocken mit den Mocken. Alles. Ich will alles benutzen. Eine Prise, Igni. Gibt es sonst keinen Loot? Chat, habt ihr auch so viel Spaß beim Zuschauen, wie ich hier beim Spielen? Spiel im Performance-Modus. Weil 60 konstante Frames sind wichtig und richtig. Ah, chillig. Oh, da ist sogar noch einer am Leben. Scheiße. Eine Erlebnis. Scheiße. Verdammt. Oh, ich hoffe, der Reset-Punkt ist nicht so weit. Ich hätte speichern sollen, ich Idiot. Zu gierig. Ich habe den neuen Kameramodus aktiviert, ja. Die Kamera ist deshalb im Kampf näher dran. Oh, Gott sei Dank. Hier hatten wir ein Autosave. Lauf, Plätze. Vertraut mir, wenn ich jetzt auf Level 4 aufsteige, wie viele Fähigkeitspunkte habe ich? Vier Stück. Dann kriegen wir noch eins durchs Level ab. Haben wir fünf. Dann können wir uns direkt eine rote Nahkampffähigkeit reinzwibbeln. Die Kämpfe fühlen sich schon auf 60 Frames besser an, ja. Ist aber klar. Ne, die PC-Spieler, die kennen das nicht, weil sie halt, ja. Obwohl, auf PC gibt es ja auch 30 Frames Games, die gelockt sind. Und ich kann nur eins sagen, der Unterschied von 30 zu 60 Frames sind einfach geisteskrank bei Storygames. Und das ist auch für mich persönlich Pflicht. 60 müssen einfach sein. Aber das reicht auch. Mehr wie 60 muss gar nicht sein. Dann lieber dann die Grafik noch erhöhen. Obwohl God of War 2018 am PC auch Spaß gemacht hat mit saftigen 120 FPS. Hat auch Spaß gemacht. Ich will dich abschlachten wie ein Hund. Wir brauchen unbedingt die ganzen Öle, dass wir mehr Damage machen gegen diese Viecher. Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen. Nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fis-Tech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Gule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Und jede Nebenquast hat manchmal einen Plotwist. Den Göttern sei Dank, stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. 20? Erfahrungskunde. Eine Prise Igni. Ah, da bin ich mal gespannt, was der mir erzählt. Chat, wenn ihr deinen ganzen Spieldurchgang von A bis Z anschauen wollt, meine Mods spammen euch mal in meinen Storygames-Kanal rein. Da legt mein Cutter euch dann Daily Parts hoch. Und gleichzeitig läuft noch ein God-of-War-Run. Jetzt auch durch das neue Setup im saftigen 2K. Lecker Schmecker für Entdecker. Ah, hier war die Quest, die ich vorhin meinte mit den Ghulen. Die war etwas schwerer. Das weiß ich noch. Da wurde ich weggehauen. Bin ich eigentlich immer noch überladen? Nee. Na, da ist die Quest sogar direkt. Aber die machen wir erst später. Die war schwer, das weiß ich nicht mehr. Ganz genau noch. God-of-War noch nicht durch. Nee. Erzähl uns was. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt. Warum kümmert ihr Priester euch erst jetzt um die Gefallenen? Die Lebenden sind die vornehmste Pflicht der Kirche des ewigen Feuers. Du machst dir keine Vorstellung von der Arbeit, die wir direkt nach der Schlacht geleistet haben. Die Verbundeten brauchten Hilfe, die Flüchtlinge Geistlichen zum Spruch. Messen mussten gelesen, Spenden eingesammelt werden. Das freut mich zu hören. Was hätten die Leute nur ohne euch getan? Komm, gönn, gönn viel EP. So, ich hab mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Okay, probier ich mal aus, Rob. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Fistech war sowas wie Kokain im Spiel, oder? Hm, sind wir bestechlich? Was, wenn wir jetzt Nein sagen? Chat, eins oder zwei? Eher Meth. Ja, halt, irgendeine Droge, ne? Weg mit dem Haunt. Wir brauchen die Kohle. Nee, wir sind nicht mehr so broke. Wir sind nicht bestechlich, Chat. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn. Sterb. Oh! 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 40 Erfahrungspunkte. Naja. Weiß ich jetzt nicht. Oh! 200 Kronen, Mimonen! Fürs Geld hat es sich gelohnt. Sage ich. Geile Nebenquest. Zack. So, einer meint, über das Touchpad wischen. Ah, okay. Wenn ich nämlich Touchpad reindrücke, komme ich immer hierhin, muss nochmal Weltkarte öffnen. Wenn ich über das Touchpad wische, bin ich direkt auf der Map. Guter Call wieder vom Twitch-Chat. Weiße! Hä? Die wilde Jagd hat sie niedergeritten, weil sie die Herrinnen nicht respektiert haben. Hä? Monster im Wald. Wir sind so unterlevelt. Aber das Problem ist, die Hauptquests, die brauchen ja auch immer ewig, ne? Boah, das wäre ein Hexerauftrag, Stufe 6. Monster im Wald. Jäger, wildes Herz. Nein, wir haben gar nicht so viele Nebenquests. Komm schon, Plätze. Hexeraufträge sind immer gut fürs Money, ne? Wir können auch jetzt gleich mal wieder rasten, weil unser Pferde-Buff, äh Pferde-Buff, unser Runen-Buff, Lüfen-Buff, vorbei ist. Oben links, ne? Läuft gleich ab. Wir drücken halt ein bisschen im Inventar. Five? Head. Okay, muss ich mir merken. Wir drücken halt im Inventar, wischen, ne? Good call. Oh, ich liebe Story-Games mit euch im Stream zu spielen, Chat. Oh, neben Quest. Attacke! Sorry. Kommt raus. Ich tue euch nichts. Matze-Bits sind ne Währung von Twitch, die du aufladen musst für Echtgeld. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor einer Woche. Ein halbes verkohltes Eichhörnchen. Und eine Handvoll Beeren. Lass mich euch etwas geben. Hier etwas Geld. Warum seid ihr nicht bei euren Eltern? Was macht ihr hier alleine? Wo sind eure Eltern? Gameplay kommt alles auf YouTube. Aber manche von uns wurden auch so rausgeworfen. Zu viele Mäuler zu stopfen, hieß es. Man kann sein Pferd nicht benennen. Nein, Plötze heißt immer Plötze. Was ist denn da besser? Den Essen geben oder Geld, Chat? Warum 25 Kreuzer? Scheiße, Essen! Aber vielleicht hilft euch ja dies. Danke. Hier für dich, weil du nett bist. Gib ihm kein Geld, sonst kaufen die Drogen. Macht keinen Scheiß. Schwalbe. Zehn? Schwalbe. Dornengestripp. Als ob die als Kinder Fis-Tech sich kaufen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Das war ja eine Mini-Quest. Die kaufen sich Opium. Erst Geld geben, dann auslaufen. Ja. True. Ah, da baumelt wieder einer. Bisschen abhängen. Los, lauf! Was tust du? Du kannst sie hier nicht rechts verstecken. Kaverne am Schein. Ich gebe sie nicht auf. Nie im Leben. Ihr Gequieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Baskade werden sie nicht kriegen. Bücherwurm. Lese 30 Bücher. Die habe ich auch immer alle aktiv gelesen. Hey. Oh, Tavernenwirt. Die spielen doch mal in meiner Runde Gwenz. Bitte hat er Karten. Ich glaube, die haben Karten. Die müssen eigentlich immer Karten haben. Schmiede auch mal. Gebt mir was Starkes zu trinken. Gwenty, Menty. Klar gibt es Nudes, die sich alles durchlesen. Manche mögen das. Lore. Ich finde das auch krass, wer das alles immer schreibt. Bin noch nicht mit meinem Getränk fertig. Das ist Badass. Ich habe noch nicht ausgetrunken. Wirt. Wodka. Wirt. Danke für die ganzen frischen Primes. Wir kommen an die neuen Subs. Danke für die Nudes. Sieht aus wie ein Tapper Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar. Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuk endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Aber was sind das für Idioten, die keinen Hexer kennen? Haut ab oder stirbt. Ich bin ein Hexer. Etwas Schnaps. Jemand, der bei seinem Schnaps nicht gestört werden will. Sieh einer an. Wir haben einen richtigen Kavalier unter uns. Willst eine Stiefelpolitur, Herr? Nein, danke. Der Dreck ist zu schade für deine Hände. Oh, oh, oh. Huch. Bolo, hast du das gehört? Geil! Verschwindet oder ich töte euch. Verdammt, das reicht. Tötet ihn! Reihe behelden! Wie? Verdammt! Geil, oder? Mit dieser Schockwelle, die die immer von den Füßen haut. Es geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt. Das Dorf, er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hättet seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist denn nun, Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Neue Zaubersystem funktioniert sehr gut, Chad. Kam grundlos aus dem Nichts. Macht sehr Spaß damit. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Leib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke. Na gut. Ausnahmsweise. Erstmal looten. Gegrilltes Hähnchen. Paar Kronen. Gegrilltes Schweinefleisch. Sollen mal gegen einen Hexer gekämpft. Kommt der jetzt her. Ach du Scheiße. Bro, ich bin hinter dir. Wo schaust du denn hin? Die Musik, ne? Beim Kampf. Alle zusammen. Oh, das neue Zaubersystem ist so geil. Das macht so Laune. Wieder so zerteilt den Aal. Huch. Huch. Geiler Scheiß. Scheiße. 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 Kann man mit dem noch kommunizieren? Hey. Sei gegrüßt. Nein, er hat keinen Gewind. Schade. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Oh, der hat Karten. Yes. Horn des Kommandanten. So eine gute Karte. Sehr huge. Belagerung. Stärke der Einheitskarte 6. Super. Nahkampfkarte. Wir kaufen sowieso mal alles. Nahkampf. Enge Bindung, ja. Anführerkarte. Spezialfähigkeit. Schau dir drei zufällig gewählte Karten aus der Hand eines Gegners an. Kaufen alles. Okay, wir können ihm leider gar nichts verkaufen. Wir sind fast voll. Ich muss so aufs Klochen. Scheiße. Ein bisschen Krimskrams können wir verkaufen. Das war schon immer dafür gut, Chad, oder? Man musste das nicht zerkraften, dass es irgendwie mehr Geld gibt oder so. Oh, scheiße. Ich muss aufs Klochen. Danke. Leb wohl. Oh. 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 Kurz Toilettenpause, Chad. Die behalte ich einfach auf Tasche, bis wir mal bei der Bank sind. Oh, 1287 haben wir. Wie riesig die Map ist. Huch. Oh, 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 Chad. Und das ist nicht die einzige Map, by the way. Hier gibt es ein bisschen was zu tun, tatsächlich. Na, gibt es noch ein bisschen mehr. Das ist die Burg. Weißgarten, da kommen wir her. Das ist die SC1. Das ist Gällige. Gibt es auch noch ein bisschen was? Na? Gällige Inseln. Novi Grad ist noch mal eine andere Map. Oh, 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 oh. Ah, ne. Novi Grad ist ein eigener Spot. Aber, ja. Groß genug, würde ich sagen. Das Gällige ist kein BGC. Das weiß ich doch. So. Ich hätte gerne eine Nebenquest. Die uns auf Stufe 4 bringt. Das muss doch zu machen sein. Ich bin halt für alles unterlevelt. Das ist ja eigentlich eine Frechheit, ne? Also EP kriegt man hier echt nicht hinterhergeworfen. Schafft man Platin in einem Run? Ja. Wenn du keine Fehler machst. Ich verpasse bahnt mit denen. Ist aber etwas komplexer. Ach so, das tut einen ja zu Hauptquest-Folgen führen. Wir hatten nichts zu essen, also habe ich ihn aufgegeben. Oder machen wir Hauptquests weiter, Chat? Ich habe eigentlich auch Bock auf Hauptquests. Ja, komm, wir machen Hauptquests weiter. Irgendwo muss man ja eine dicke EP-Bombe herbekommen. Also ich finde, die anderen Mainquests, die hätten echt ein bisschen mehr EP geben können. Klar haben wir da eine Audienz gehabt und da haben wir dann nicht mehr so viel aktiv gemacht. Aber gefühlt hat die Hauptmission echt nicht viel EP geben können. Wäre aber vielleicht auch zu strong, wenn sie viel gegeben hätte. Wer weiß. Oh mein Gott, das Dorf hier. Sieht aus wie bei mir gerade draußen in den Regen. Hey. Ich bin immer so schnell fast tot. Geh weg. Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich glaube jetzt hier eine geile Nebenquest. Äh, eine Nebenquest. Main. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest. Gehört hättest, wie ein Mann schreien kann. Wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert. Ja, ich muss öfters den Blockzauber nutzen. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter. Oh, jetzt Schatz. Und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam. Die Kröten haben aufgehört zu quaken. Mein Mann. Was? Ich ziehe. Ich bin. Ja, ich sollte Ihnen выход tun. Ich möchte nur aufgehört. Ich bin. Jo. Junge. 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 Parteier. прилügen. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken über alles. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch stöhnen. Am Ende hörte ich nur noch. Geile Rüstungen haben die. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie vortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Ah. Amen.